Wir übernehmen keinerlei Kosten für Hörschäden oder sonstiges. Was geht's los, Alter? Oder? Und nö? Ehrlich nö? Was hast du gemacht, Digga? Ich hab den Führerschein verkackt. Du bist dummi scheiße, ne? Halt's mal, Digga, mach's erst mal selbst. Wahrscheinlich würde es bei dir nicht viel besser enden, Alter. Sogar ich bin dreimal durchgefallen, ich bin der intelligenteste Mensch. Der schaff's wahrscheinlich auch im Viertest, wenn ich 18 bin. Neeeein! Bitte helfen. Na na na. Na na, der kommt hier lang. Na na na. Telefon, Telefon. Was? Was? Ich hab nen Turn-On kassiert. Na 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 na, der Telefon. Oh, das ist ja richtig. Was für ein Mensch, Digga! Ey, Mann! Digga! Ohne Witz! Warum ist in Leder-Lobby die Stachel kochen? Wow, ich hab den Vier-Jun. So, das ist einfach ein Quoded-Lobby-Jun. Matt, das ist echt ein��i-Jun. Matt, warum ist das denn der Telefon? Mann, was ist das denn... Ich hab' mir im Laurex nicht dir. Mann, was ist das denn? Ich hab' mir in den Schwerbehinderten endlich schon mal in der Party. Ich hab' mir in den Schwerbehinderten-Index-Party. Ey Jungs, ich lade das einfach auf dem Rapid Clan Channel hoch, danach kriegen wir bestimmt nicht mehr so viel Anfragen rein, dass die in den Clan joinen wollen. Mh, lego! Mh, so lecker! Nioh, Legende des Video! Nein, komm, aim ihn weg, aim ihn weg, danke, danke aim! Ich bin so kurz vor Streak, die einzige Schlägerei die ich hatte war mit einem Schild, mit einem Straßenschild. Was? Auf 10 Promille! Spaß! Ah! Gehen wir ab hier! Alter, was war das? Auf in die Schlacht! Jungs! Ah ja, stimmt! Hallo? Ist jemand in-game? Hallo? Simon? Hallo? Jungs? Der bekommt der Schläger. Steht der Depp im Spawn rum, Alter! Was? Ich kann, ich glaube ich kann Simon einschließen. Nein! Nein! Uta Chaka, Uga, Uga, Uta Chaka! Warum lachst du? Spast! Uta Chaka, Uga, Uta Chaka, Uga, Uta Chaka! Oho! Irginom! 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 Sorry, Digger, ich habe gerade eine Ausbrüche. Fuck! Der hat richtig zerbombt, wenn die glaube ich so scheiße ist und was kann ich dafür. Ich treffe durch dich, Digger, wenn ich dich nicht treffe, dann treffe ich gleich, Digger! Und wenn ich ihn getroffen habe, ist das tot! Wenn du das treffst, dann treffst du ja gar nicht! Was machst du? Hast du gesehen? Oh, der ist wohl gesprasst. Einfach durchgeschossen! Nochmal! Einfach durchgeschossen! Fuck! Er schämt einfach! Ein fucking Geschütz mit dem Zeitkampf, Digger! Welcher mehr? Oh fuck this shit! Ist geschätzt! Alter. Ja, Corded, Alter, ist ein Sniper. Vollautomatisch Sniper. I'm not clean. Ich habe irgendwie so... Nein, danke. Ich habe gestern nachgedacht. Ich habe gestern nachgedacht und ich habe irgendwie so nachgedacht mit meinen Kollegen getroffen. Und ja, ich habe halt die Steine gekauft und ich habe den Clan verlassen. Mehrere feindliche Donen im Einsatz. Ein feindlicher Systemeingriff wurde festgestellt. Feindliche Vorräte unterwegs. Aber ich meine nur... Spaß! Weil heute ist der... Ähm... Welcher ist heute? Der 16. August. Nicht Spaß. Okay, das ist ja reingeschossen, okay? Ich bleib natürlich im Clan, Digger. Ich hab 5 Euro für euch im Clan, das geht eben. Ja, ich hab mich gerade auch gewundert. Als ob du eine kleine verlässt. Das ist doch nur Spaß, Digger. Guck mal wie direkt... Nein, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Komm. Wir machen gleich ein No-Champ-Challenge. Digger, nehmen wir die Nummer auf. Hör mal auf. Jona. Jona. Hm. Hör auf, Witze, wie Fotos von deiner Mutter zu gucken. Ich kann nicht weg, Digger. Wo lacht ihr jetzt alle, Mann? Weil du so scheiß Witze bringst. Aber die waren trotzdem irgendwo lustig, weil ihr gelacht habt. Wird aber niemanden scheiß Witz bestellt. Vierte mal bitte. Danke. Was? Hör auf, 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 was? Ich hab so Spaß zu sein. . Dein Fantastisch Hallo Aging. Hör auf, was? Al Bacc. Hör auf, was? Hör auf, was? Gä suffering, wie一 aide. Immer memoriert PAL. Untertitelung des ZDF für funk, 2017